Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. 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 Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet, schrieb Friedrich Nietzsche 1882. Wenn Gott eine Ursache hätte, dann gäbe es etwas, von dem Gottes Existenz abhängt. Und was immer das ist, wovon Gottes Existenz abhängt, es wäre größer als Gott. Alles passt perfekt zusammen. Ist Leben Lotterie oder hat es System? Und wurden wir künstlich erschaffen? Die Menschheit ist der Antwort auf der Spur. In Folge 7 von Raum und Zeit geht es um die immer wiederkehrende Frage. Gibt es einen Gott? Religion und Wissenschaft Das passt auf den ersten Blick so überhaupt nicht zusammen. Kurioserweise finden viele Wissenschaftler in ihrer Forschung und in ihrem Verständnis des Universums eine spirituelle oder religiöse Inspiration. Das Staunen über die Komplexität und Schönheit der Natur, ja das kann den Glauben eben stärken. Und genau deswegen führen uns Konzepte aus der Religion immer wieder in die Wissenschaft und andersherum. Doch was spricht wirklich für einen Gott und wie müsste Gott aussehen? Gibt es vielleicht sogar Beweise dafür? Ich verrate nur so viel. Es gibt einen Wissenschaftler, der wahrscheinlich glaubte, mit Mathematik die Existenz Gottes entdeckt zu haben. Willkommen zu Folge 7 von Raum und Zeit. Wir begeben uns heute auf die Suche nach Gott, dem Zweck, einer Existenz oder dem großen Designer. Viel, viel, viel Spaß. Jawohl, liebe Raum und Zeitler, wir möchten mit euch über Gott sprechen. Keine Sorge, es wird nicht missionarisch, wobei Tim ja schon ein bisschen wie so ein Prediger auch wirken kann. Deswegen lasst uns unseren Science Priest direkt begrüßen. Hallo Tim, hast du die O-Bros mitgebracht? Einen wunderschönen guten Tag. Liebe Gemeinschaft, kriege ich von euch ein Amen. Nein, ich habe nichts irgendwas Besonderes in dieser Richtung mitgebracht. Ich freue mich wieder dabei zu sein und du hast recht. Jetzt gerade sehe ich schon ein bisschen missionarisch aus, aber es wird schlimmer. Ja, manchmal stehe ich in den Livestreams mit so einem weißen Hemd an vor meiner Gemeinde, sorry. Und dann fällt das schon vielen auf. Also wir hatten schon Abende, wo ganz viele Leute Amen in den Chat gespammt haben. Oder manchmal dann auch, komm, was war denn jetzt nochmal die muslimische Alternative zu Amen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Auf jeden Fall, alle Religionen haben sich hinter mir versammelt. Was ein schöner Moment. Wunderbar, hört sich spirituell an. Spirituell könnte es unter Umständen auch werden, aber ich möchte jetzt einmal nochmal kurz nachhaken. Du kennst nicht die O-Bros? Was ist das? Oh, okay. Also die O-Bros sind so zwei Rapper, die sich auf die Fahne geschrieben haben, so Kirchenrapper zu sein. Und ich würde sagen, die musst du dir auf jeden Fall nachher noch irgendwann angucken. Weil ich bin ja auch immer dafür da, deinen freien Geist, deinen reinen, schlauen Geist auch so ein bisschen mit Müll zu verdrängen. Das Ding ist, wir haben ja nicht ewig Physik-Content. Also wir müssen ja auch irgendwann mal expandieren. Also behalte das mal im Hinterkopf. Ja, okay. Wenn wir sowieso schon bei den O-Bros sind, dann zitiere ich sie gerade noch, weil das ist ein super smoother Übergang. Ich kann es versprechen. Tanzen wir wie David, wiggeln um die Lade. Ey, Dude, geistige Schokolade. Viel Spaß mit dem Monolog von Tim Pollard. Was? Ich habe tatsächlich letztens erst mit jemandem über Dance Like David gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die Bibel gelesen hast, aber die Szene, wo David getanzt hat, die ist tatsächlich eine relativ geile Szene, so generell für ein Buch. Aber das ist ja mein Banger-Zitat. Er war da, bevor alles andere da war. Er weiß alles und er sieht alles. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Aber kann es ein Gott wirklich geben? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil man dafür erst definieren muss, was ein Gott eigentlich ist. Um es simpel zu halten, sagen wir für den Anfang, dass ein Gott der Erschaffer von allem sein muss. Zumindest der Erschaffer von uns. Ozeane teilen, Erden erschaffen, Leben erzeugen, das sind erstmal schließlich alles Sachen, für die braucht man nicht einen Gott. Die sind vergleichsweise relativ einfach, könnte man sagen. Wenn wir uns die Gottesfrage stellen, dann müssen wir uns einer simplen Tatsache stellen. Nein. Es braucht keinen Gott im Universum. Alles, was im Universum passiert, ist eine direkte Folge der vier fundamentalen Kräfte der Natur. Seit Anbeginn der Zeit, vor 13,8 Milliarden Jahren, wird das Universum kontrolliert von der Gravitation, der elektromagnetischen Kraft und der starken und der schwachen Wechselwirkung. Aber dennoch ist ein Gott nicht unmöglich. Einen Ort gibt es noch, wo unsere Fantasie Amok laufen kann, nämlich vor dem Urknall. Brauchte es einen Gott, um unser Universum zu erschaffen? Nein. Könnte ein Gott unser Universum erschaffen haben? Ja. Laut einer Theorie aus den 90ern ist es physikalisch tatsächlich möglich, ein neues Universum zu erschaffen. Dafür bräuchte es sogar nur 10 Kilogramm Materie. Wenn wir bereits wissen, dass dies rein theoretisch geht und die Menschen der Zukunft dies womöglich sogar machen können, dann können wir uns nicht wirklich hinstellen und sagen, dass es unmöglich wäre, dass nicht auch wir künstlich erschaffen worden sind. Unser Gott könnte dann ein Wissenschaftler oder sogar eher eine gesamte höhere entwickelte Zivilisation sein. Alles baut darauf und auf den Naturgesetzen auf. Von der Entstehung der ersten Atome 360.000 Jahre nach dem Urknall, über die Entstehung der Elemente in den ersten Sternen, bis zur Entstehung von organischen Molekülen, aus denen irgendwann die ersten Zellen auf der Erde entstehen würden. Denn auch als das Leben vor 3,7 Milliarden Jahren entstand, brauchte es dafür keinen Gott. Die Dauerzuhörer von euch wissen, dass es noch massiv viele unbeantwortete Fragen über den Kosmos gibt und übrigens auch über die Entstehung des Lebens. Aber keine dieser Fragen braucht ein allmächtiges, lebendiges Wesen als Antwort. Es gibt mehr als genug Theorien, welche diese Aufgabe übernehmen. Wir können also feststellen, dass es nicht nur nicht wirklich etwas gibt, was für die Existenz eines Gottes spricht, es gibt sogar eine ganze Menge Sachen, die aktiv dagegen sprechen. Allmächtig kann unser Gott aber nicht sein. Denn auch wenn er unser Universum erschaffen hat, so kann er doch nicht darin eingreifen. Denn unser Universum ist ein geschlossenes System. Das bedeutet, dass nichts rein oder rauskommen kann, auch kein Licht. Das bedeutet also, unser Gott könnte nur einen winzig kleinen schwarzen Punkt sehen von unserem Universum, ein bisschen wie ein schwarzes Loch. Und dieser kleine Punkt, der wäre nur ganz, ganz kurz da, dank der sogenannten Riemannschen Geometrie. Die Riemannsche Geometrie besagt in diesem Fall, dass zwei verschiedene Raumzeiten nicht einfach so in sich existieren, geschweige denn in sich reinwachsen können. Unser Universum wuchs nach dem Urknall mit einer gewaltigen Geschwindigkeit, aber unser Gott hätte davon nichts mitbekommen. Sein kleiner schwarzer Punkt wäre nicht größer geworden, er hätte nicht sein Labor zerstört oder so etwas. Unsere Raumzeit wächst nicht in seine rein. Das ist ein bisschen so, wie als wenn ich dir einen Schuhkarton geben würde, und wenn du diesen Schuhkarton aufmachst, dann ist sein Inhalt im Durchmesser 93,3 Milliarden Lichtjahre groß, also ungefähr so groß wie das bekannte Universum. Dieser kleine schwarze Punkt, den der Gott aber sehen könnte, der würde sehr, sehr schnell aus seiner Realität verschwinden. Denn schließlich kann ein Universum nicht im anderen existieren. Deswegen wird er sich wie ein Wassertropfen von einer Regenrinne einfach von der Realität unseres Gottes loslösen. Könnte ein Gott also nichts anderes tun, als unser Universum zu kickstarten? Nicht unbedingt. Er könnte außerdem die Naturkonstanten regulieren und beeinflussen. Das ist gar nicht so irrelevant. Denn unser Universum ist ein extrem feingetuntes System, Die verschiedenen Naturkonstanten, wie beispielsweise die Stärke der Gravitation, sind in perfekter Balance. Wenn auch nur einer einziger ein Tucken verändert werden würde, könnte es unsere gesamte Realität bzw. Existenz gar nicht geben. Sicherlich muss gesagt werden, dass die Welt der Physik eine ganze Trickkiste von alternativen Möglichkeiten bietet, wie ein Gott in unserem Universum existieren könnte. Zum Beispiel durch höhere Dimensionen. Man muss aber dazu sagen, dass ein Gott sich wahrscheinlich nicht für die Regeln der Religion interessieren würde. Warum sollte es einem Gott wichtiger sein, welchen Mord du verübt hast, als beispielsweise, welchen Mord ein Tintenfisch verübt hat? Dazu kommen Regeln wie beispielsweise, dass man Schweinefleisch nicht essen darf, obwohl das Schwein ein Tier ist, welches vermutlich ausschließlich auf der Erde existiert. Aber es gibt so viele ungeklärte Fragen. Warum zum Beispiel gibt es Tierarten, die religiöses Verhalten zeigen? Tauchen wir also tiefer in die Materie ein. Ja, wie immer interessanter Monolog, Tim. Aber du hast natürlich jetzt mit diesem letzten Satz, den hast du da extra hingestellt, oder? Also da reitest du mich ja sofort in diesen einen Gang, wo ich dir diese eine Frage stellen soll. Deswegen hau raus. Warum zeigen manche Tierarten religiöses Verhalten? Ja, ich musste den Satz reinwerfen. Ich habe mir schon fast am Ende gedacht, dass es schon zu einseitig ist. Wir wollen natürlich ein bisschen was Mysteriöses für die kommende Stunde aufbewahren. Tatsächlich gibt es eine ganze Menge Tiere. Es gibt eine Wikipedia-Liste, welche religiöses Verhalten zeigen. Die beiden bekanntesten Gruppen, wenn wir jetzt mal Affen ausschließen, weil Affen geradezu menschenähnig sind, sind tatsächlich Krähen und Elefanten, die nämlich beide Beerdigungszeremonien haben. Wenn ich sage religiöses Verhalten, dann heißt das nicht, dass ein Elefant auf die Knie fällt und anfängt, irgendwas anzubeten. Sondern das heißt natürlich, dass man sich mit seinem Tod beschäftigt, auch mit der Existenz nach seinem Tod, also mit einer höheren Frage an dieser Stelle, aber insbesondere auch zeremonielles Verhalten in dieser Richtung zeigt. Denn eine Beerdigung beispielsweise ist für uns ein schöner Weg, Abschied zu nehmen. Aus einer evolutionären Perspektive hat es aber keinen mehr Nutzen. Es gibt keinen Nutzen davon, den Körper in der Erde zu vergraben und dann irgendwas dazuzulegen. Das heißt also, wir haben ja eine Zeremonie, welche meistens, oder was heißt meistens, eigentlich immer in irgendeiner Hinsicht an ein Glauben gebunden war. Und wenn jetzt beispielsweise ein Elefant stirbt, dann bewegen sich tatsächlich viele Elefanten durchaus zu so etwas wie einer Beerdigung. Also die nehmen daran teil und die bestatten dann mehr oder weniger auf einer natürlich sehr rudimentären Art auch einen Körper. Und das machen Krähen ebenfalls. Es gibt tatsächlich in manchen Fällen auch sowas wie Grabgeschenke, dass man was dazulegt. Und bei Krähen, das nur als Funfact am Rande, nennt man das auf Englisch, diese Versammlung nennt man einen Mörder. Also im Grunde eigentlich einen Mord auf Deutsch. Warum die das machen, das ist sehr schwer zu sagen. Es wird aber mutmaßlich, oder beziehungsweise, was heißt mutmaßlich, der offensichtliche gemeinsame Nenner zwischen diesen beiden Spezies, aber beispielsweise eben auch verschiedenen Affen und anderen Spezies, ich weiß gar nicht, wer jetzt noch dabei ist, ist die Intelligenz. Das ist ja auch der gemeinsame Nenner mit dem Menschen. Sehr intelligente Tiere zeigen Bestattungszeremonien und Bestattungszeremonien, das können wir daraus ja dann mitnehmen, sind ein erster Schritt zur Religiösität. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Religion sehr stark auch auf der Angst vor dem Tod aufbaut, beziehungsweise die Frage, muss man eher so zu formulieren, was nach dem Tod kommen könnte. Und das ist natürlich trotzdem eine sehr interessante Beobachtung. Könnte man sagen, dass Religion komplexer und komplexer wird, je intelligenter Lebensform werden, und dass es aber eben alles an diesem Punkt anfängt? Das ist interessant. Also gemeinsamer Nenner, das hast du jetzt gerade eben schon gesagt, ist wahrscheinlich eine Art Sozialverhalten, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, mit der Intelligenz kommt ja ein Sozialverhalten. Das muss ja auch dann logischerweise da rein spielen, wenn Tiere und Freunde quasi sich verabschieden von einem Toten, dann bedeutet es ja, dass der eine bestimmte Bedeutung hatte innerhalb von etwas, was wir eine Community nennen können. Und auch wenn viele, viele Tiere Herdentiere sind, ist eine Herde ja nochmal was anderes als wirklich eine Gemeinschaft, die wir dann dort tatsächlich beobachten können. Interessant, dass mit Intelligenz Sozialverhalten einhergeht. Das sehen wir bei uns in der Menschheit nicht immer, aber davon mal abgesehen. Ihr merkt schon, liebe HörerInnen, es geht tatsächlich heute auch ein bisschen um diesen schmalen Grat zwischen Religion und Wissenschaft. Und es ist eigentlich eins meiner Lieblingsthemen, wenn wir uns die Bibel anschauen und wir schauen uns biblische Ereignisse an, dann gibt es sowas wie wissenschaftliche Fact-Checks. Und ich habe mal ein paar mitgenommen, um uns alle so ein bisschen auch auf spirituelle Weise darauf einzustimmen. Es ist zum Beispiel die Geschichte von Sodom und Gomorra. Sodom ist die sündige Stadt, liegt im heutigen Jordanien, damals eine absolute Mega-Metropole gewesen. Und die ist laut Bibel und auch Koran untergegangen. Und die Bibel sagt dazu, das war Gottes Zorn. Feuer und Schwefel regnete über die Stadt und alles ist verbrannt und zerstört. Und Wissenschaftler fanden heraus, dass es zu dieser Zeit einen Meteoriteneinschlag gab. Und da hat man dann zerschmolzenes Glas etc. gefunden. Sprich, worauf ich hinaus will, es ist ein Stück Wahrheit in dem, was in der Bibel steht. Und man underrated vielleicht auch ab und zu mal die Bibel, weil sie ein super altes Schriftstück ist. Aber da steht tatsächlich ganz schön viel drin, was tatsächlich auch wahr ist. Und ich weiß auch von Tim, du hast, glaube ich, die Bibel und den Koran gelesen. Genau, ich muss aber gerade noch an ein anderes Buch denken. Das ist die Epik von Gilgamesch. Ja. Die Epik von Gilgamesch ist das, für alle, die es nicht wissen, so ziemlich die älteste aufgezeichnete Geschichte, die wir haben aus dem antiken Babylon. Ich glaube sogar aus der Stadt Urk, das ist die erste Stadt der Menschheit gewesen. Die ist, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube zwischen 3000 und 5000 Jahre vor Christus musste die Geschichte produziert worden sein. Und es gibt ein sehr interessantes Detail in dieser Geschichte. Die Arche Noah kommt mehr oder weniger darin vor. Die wird da nicht, also der Noah wird als Person nicht genannt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der Name Noah zu dem Zeitpunkt schon existiert hat. Aber das Konzept der Arche Noah, das wird dort beschrieben. Die große Sinnflut, eine große Sinnflut wird dort beschrieben. Und wenn wir dann in andere Religionen reingucken, da wird ebenfalls häufiger eine große Sinnflut beschrieben. Das zeigt uns dann wieder einen anderen Aspekt. Es gibt viele Sachen in diesen religiösen Schriften, die wahr sind. Die Zeit dazwischen kann wild auseinanderliegen. Man gucke sich mal an, wann die Bibel rausgekommen ist und gucke jetzt auf 3000 Jahre vor Christus. Aber das sind oftmals dann Ereignisse, die wirklich über eine lange Zeit in viele, viele Kulturen rausgetragen wurden. Und sich deswegen dann da in verschiedenen Religionen verfestigt haben. Aber ganz oft sehen wir eben diese Parallelen. Und dadurch können wir natürlich auch ableiten, dass sie wirklich passiert sind. Man darf nur dann eben nicht den Fehler machen und da irgendwie eine Bestätigung für ein Wunder sehen. Das ist natürlich ganz wichtig. Im Gegenteil, es zeigt ja natürlich wirklich, dass es Geschichten sind, wenn sie in all den anderen Religionen oder in dem Fall sogar eine Geschichte, die Epik von Gilgamesh ist eine Geschichte, keine Religion, dass wenn die da aufgefasst wurden. Absolut. Ist das auch die Geschichte, nach der dann Wissenschaftler versucht haben, die Eiche nachzubauen? Das sind ja so runde Boote gewesen, ne? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Also die Eiche, wobei eher nicht. Die Eiche wird nicht im Detail beschrieben in der Epik. Das dürfte eher die Bibel sein. In der Bibel wird die Eiche relativ detailreich beschrieben. Ein tatsächlich interessanter Funfact am Rande, und man muss das ein Funfact nennen, weil die unmöglich zu der damaligen Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, das hätte wissen können. Tatsächlich hätte rein theoretisch die Arche Noah die Kapazitäten gehabt, um alle Spezies auf der Erde zu beherbergen. Wenn man nur zwei von jeder Spezies genommen hätte. Das konnten die damals natürlich nicht wissen. Ich meine, als das Buch geschrieben wurde, man muss sich mal angucken, welche Weltkarten die damals hatten. Ja, die wussten nicht mal, wie Afrika ganz aussieht, geschweige denn von dem gesamten amerikanischen Kontinent. Die hatten natürlich keinen Überblick über die ganzen Spezies. Deswegen aber trotzdem eine lustige Geschichte. Ja, es gab dazu ein Experiment. Die haben die Boote so nachgebaut, wie man weiß, dass sie früher Boote gebaut haben. Und die haben so eine ganz runde Form und haben das dann auch getestet. Und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Also auch das wieder, was so den Fact-Check angeht, sehr, sehr interessant. Es gibt natürlich noch mehr, beispielsweise auch Moses-Mehrteilung. Da haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es so eine Art Teilung tatsächlich gibt. Zum Beispiel nahe der Stadt, der antiken Stadt Pelusion damals. Da hat ein Ostwind zu einer Art Teilung führen können, nämlich durch freigewehte Schlammbänke bei Telkedur. Und die Modellberechnungen haben tatsächlich auch festgestellt, dass das eben wirklich ging damals. Heute ist da kein Wasser mehr. Ein Funfact da ist zum Beispiel auch, dass ein britischer General genau sowas in der Art erlebt hat, 1882. Und die zehn Plagen Gottes, ich glaube, ihr kennt sie alle, mit Wasser voll Blut etc. Es gibt diese roten Gewässer damals. Man glaubt, dass es eine Kettenreaktion durch einen Vulkanausbruch gab. Und genau diese zehn Plagen können dann wissenschaftlich alle so auch erklärt werden. Vielleicht das mit dem Frösche regnen nicht unbedingt. Nicht Frösche regnen, aber die Froschplage ist tatsächlich der zweite Punkt, glaube ich, in dieser Kettenreaktion. Das schon. Also man muss das ja dann folgendermaßen jetzt für unsere Zuhörer, du weißt das natürlich, für unsere Zuhörer muss man einordnen. Das heißt nicht, dass es wirklich dann zehn Plagen gab, die auf Ägypten so runtergeregnet sind. Aber man darf nicht vergessen, das merken wir sehr stark im antiken Griechenland. Die griechische Religion ist ja tot. Das heißt, da können wir nochmal wesentlich kälter drauf gucken. Und wir sehen tatsächlich, die Geschichtsschreiber damals, die waren natürlich super dramatische Divas. Ja, die haben ganz viel erfunden. Ein schönes Beispiel, das nur jetzt ganz am Rande ist, tatsächlich während des Kriegs von Rom gegen Carthago, wo zwischendurch, die haben ja damals alles genau aufgezeichnet, zwischendurch hat der Geschichtsschreiber damals eingeworfen, dass ein General da kurz gegen einen Drachen gekämpft hat. Wirklich in so einem Nebensatz, wo man sich fragt, was sollte das jetzt? Was ich sagen will ist, was vermutlich sehr häufig damals passiert ist, ist, dass solche Ereignisse natürlich sich in der antiken Welt extrem rumgesprochen haben. Und als dann die Plagen oder die Wunder aufgeschrieben wurden, da hat man sich auf Ereignisse, die man vorher wahrgenommen hat und als Wunder oder als Plage interpretiert hat, genommen und die in diese Geschichten reingearbeitet hat. Weil das muss damals natürlich sehr logisch gewirkt haben. Man denkt sich nicht etwas aus, man nimmt eine Sache, die wirklich passiert ist. Ein schönes Beispiel dafür ist tatsächlich, wenn wir mal die Uhr um tausend Jahre weiter drehen, im Mittelalter entstanden. Es gibt ein Buch aus dem Mittelalter, das zeigt im Grunde die Anzeichen der vorherstehenden Apokalypse. Die Menschen damals haben ja wirklich in dem Glauben gewohnt, dass bald das jüngste Gericht kommt. Also es war ja durchaus Gang und Gebe, dass man erwartet hat, dass die Welt bald untergeht. Und es gibt ein Buch, das zeichnet, ich meine, es wären fast zehn, zehn verschiedene tatsächlich astronomische Ereignisse größtenteils auf, welche da als Anzeichen für die Apokalypse gewertet wurden. Und die wurden ganz wild beschrieben, zum Beispiel, dass eine goldene Kugel vom Himmel runterkam, sich kurz über eine Stadt bewegt hat und dann wieder weggeflogen ist. Da weiß man dann, das ist eine besondere optische Illusion durch eine Sonnen-Corona. Oder natürlich der hellische Komet, welcher an der Erde vorbeigereist ist, all diese Ereignisse. Wären jetzt das in der Antike passiert, dann hätte man sowas wahrscheinlich auch in Bibelgeschichten reingearbeitet. Absolut. Du hast es eben schon erwähnt. Du weißt natürlich berechtigterweise darauf hin, das sind natürlich keine Wunder, das sind auch keine zehn Plagen, sondern das sind Naturereignisse, um jetzt mal den Sprung zur Wissenschaft zu schaffen. Wenn wir uns diese Geschichten angucken, was können wir beispielsweise daraus in der Wissenschaft lernen? Sei es bei der Entstehungsgeschichte der Erde, sei es bei irgendwelchen Wundern, die dort beschrieben sind. Hast du da irgendwelche Ansätze? Was kann man aus der Wissenschaft dann lernen? Grob gesagt, in dem Kontext praktisch gar nichts. Ich meine, man darf nicht bedenken, der gesamte Homo Sapiens, selbst wenn die Bibel jetzt vor 200.000 Jahren in der Steinzeit geschrieben worden wäre, ist viel zu spät dran, als dass da irgendwas über den Anfang der Erde hätte berichtet werden können. Historiker können eine ganze Menge natürlich über die Kulturen daraus nehmen, insbesondere welche Geschichten weitergegeben wurden, welche kulturellen Verbindungen da existierten, alles mögliche in dieser Richtung. Und natürlich, wir haben ja gerade darüber gesprochen, kann man eine Ableitung machen zu speziellen Ereignissen, auch zu Wettergegebenheiten oder dergleichen. Aber wenn wir wirklich ans Fundamentale rangehen, dann wird natürlich die Zahl dort ganz, ganz schnell null. Und ich finde, es ist wichtig, das zu betonen, weil ich werde ja auch öfters angeschrieben von sowohl Muslimen als auch Christen, die im Koran oder der Bibel irgendwelche Anzeichen sehen auf irgendwas, das in der Physik gesagt wird. Ganz, ganz häufiges Beispiel tatsächlich aus dem Koran. Da werde ich immer gefragt, wieso konnte der Koran vor 1200 Jahren, muss es gewesen sein, vor 1200 Jahren, vorhergesagt haben, dass das Universum durch die dunkle Energie expandiert. Und es gibt halt bei der Beschreibung, wo Gott quasi oder Allah, wo Allah die Erde erschafft, gibt es halt die Beschreibung, dass der Himmel immer weiter expandiert. Aber das ist natürlich ein so starker Curveball, eine so starke Veränderung von dem, was die Wissenschaft sagt, dass es da natürlich keine Korrelation gibt in irgendeiner Hinsicht. Das dürfte ja auch überraschen, zu dem Zeitpunkt, wo die Newton'sche Mechanik noch nicht mal bekannt war. Das heißt also, wenn wir wirklich auf die reine Physik gucken, dann versinkt das sehr schnell im Null. Und das wird uns wahrscheinlich gleich auch beschäftigen, wenn wir wirklich über das Thema reden, wie ein Gott aussehen kann. Weil da müssen wir uns dann doch von unseren philosophischen Vorstellungen beziehungsweise von den Glaubensschriften ein bisschen abwehren, ein bisschen ab, ja, wir müssen von denen weggehen, sagen wir es so. Aber gibt es nicht irgendwelche interessanten Facts, beispielsweise zur Entstehung der Erde oder der Welt, die vielleicht in so eine Richtung gehen könnten, wo wir sagen, okay, da gibt es schon Parallelen auch zu wissenschaftlichen Ansätzen zum Beispiel. Es muss ja nicht, es können ja Zufälle sein oder es kann vielleicht nur irgendein ganz grundmenschlicher Gedanke oder eine Idee sein, die einfach schon immer in unseren Köpfen spielt. Ich gehe gerade die Entstehungsgeschichte in der Bibel durch, quasi mit Gott sprach, es werde Licht und so. Aber ich finde tatsächlich keinen. Weil es fängt ja auch damit an, dass zuerst Wasser existiert hat. Das haben wir nicht gehabt. Wasser kam ja erst, nachdem die Erde bereits geformt war, auch Trennung von Wasser und Himmel. Auch nicht wirklich. Also da wüsste ich jetzt auch keinen großen Vergleich. Auch bei der Erschaffung der Tierwelt. Ja, nicht wirklich. Wenn er Fische zuerst erschaffen hat, dann theoretisch gesehen natürlich, das Wasser im Leben entstanden ist. Aber das ist natürlich jetzt auch ein sehr kleiner Anker. Nicht wirklich. Nicht wirklich, nein. Ja, dann sehen wir da schon mal, dass da ganz, ganz große Disparitäten herrschen. Und wir befinden uns jetzt natürlich hier gerade am Anfang der Folge und da gerade mitten in der Religion. Ich schicke jetzt Tim noch kurz zum Obros gucken auf YouTube. Und euch schicke ich jetzt zum historischen Teil. Wie wäre es dieses Mal mit den Top 5 Geschichten aus der Historie bis zur Gegenwart, wie Gott zur Wissenschaft gefunden hat? Oder doch andersrum? Mal ganz von vorne. Wer war eigentlich der erste Gott der Menschheit? Zugegeben, ganz genau kann man diese Frage nicht beantworten. In der mesopotamischen Mythologie war An einer der wichtigsten Götter und repräsentierte den Himmel und das Firmament. Er war der Vater vieler anderer Götter und galt als oberster Herrscher des Universums. Die Verehrung von Gottheiten wie An, dem Himmelsgott, hatten eine enge Verbindung zur mesopotamischen Astronomie und kosmologischen Vorstellungen. Das hat dazu beigetragen, unser Verständnis der frühen Entwicklung der Astronomie und Mathematik zu vertiefen. Und damit herzlich willkommen bei der zweiten historischen Station. Es geht um Isaac Newtons Konzept von Harmonie und Schönheit. Ihr kennt wahrscheinlich alle Isaac Newtons Apfelfallgeschichte. Sie besagt, dass Newton durch das Beobachten eines Apfels, der von einem Baum fiel, zur Entdeckung des Gravitationsgesetzes inspiriert wurde. Die historische Genauigkeit dieser Geschichte ist umstritten. Aber in diesem Fall ist das völlig egal, denn es geht darum, welche Schlüsse Newton daraus noch zog. Die Idee, dass es eine Harmonie und Schönheit in den Gesetzen der Physik gibt, war ein zentrales Thema in Newtons Werk. Er glaubte, dass das Universum nach mathematischen Prinzipien geordnet war, die von Gott geschaffen wurden, und dass es möglich sei, diese Prinzipien durch wissenschaftliche Untersuchungen zu entdecken und zu verstehen. Etappe 3 – Das antropische Prinzip Eigentlich auch irgendwie im Geiste Newtons entstand in den 1970ern das antropische Prinzip. Es ist eine interessante Idee aus der Kosmologie und der Philosophie. Sie besagt, dass die Naturgesetze und die Eigenschaften des Universums so beschaffen sind, dass sie das Leben und die Entwicklung von intelligentem Wesen ermöglichen. Anstoßpunkt ist vor allem die bemerkenswerte Genauigkeit, mit der die Naturkonstanten und Parameter des Universums eingestellt sind, sodass Leben, wie wir es kennen, entstehen kann. Im Laufe der Zeit haben sich viele Wissenschaftler, Philosophen und Theologen mit dem Prinzip beschäftigt. Entstanden sind zwei Ausprägungen, das schwache und das starke antropische Prinzip. Und damit herzlich willkommen bei Etappe 4, das Gödel'sche Gottesbeweistheorem. Ja, was hat es damit auf sich? Es basiert auf Kurt Gödels Unvollständigkeitssätzen in der mathematischen Logik. Es argumentiert, dass in einem formalen logischen System Aussagen existieren können, die wahr sind, aber nicht innerhalb dieses Systems beweisbar sind. Das Theorem wurde von einigen als indirekte Unterstützung für die Idee einer transzendenten Realität oder eines übernatürlichen Wesens interpretiert. Apropos übernatürlich. Das Gottesteilchen. Willkommen auf der fünften und letzten Etappe. Es ist die umgangssprachliche Bezeichnung für das Higgs-Boson, ein subatomares Teilchen, das 2012 am CERN entdeckt wurde. Es ist von großer Bedeutung für das Higgs-Feld, das verantwortlich ist für die Vergabe von Masse an andere Elementarteilchen im Universum. Die Entdeckung des Higgs-Boson bestätigt das Standardmodell der Teilchenphysik und half, grundlegende Fragen über die Natur der Materie und das Universum zu beantworten. Und damit sind wir am Ende unserer historischen Reise. Gerade in der näheren Vergangenheit sind die Überschneidungen zwischen Gottesglauben und Wissenschaft hochinteressant. Und deswegen schauen wir uns das jetzt im freien Gespräch nochmal genauer an. Ja, Tim, dann starten wir, glaube ich, direkt mal tiefer in die Materie. Wir waren in der, sagen wir mal, ganz, ganz alten Religion. Jetzt starten wir in die Philosophie und in die Wissenschaft. Und dann kommen wir natürlich als erstes auch zum anthropischen Prinzip. So, da gibt es das schwache Prinzip und es gibt das starke Prinzip. Ich glaube, ich überlasse dir gerne auch nochmal kurz zu erklären, was was ist oder was was bedeutet. Nur so viel schon mal für euch. Das starke Prinzip, das liefert Theologen im Prinzip so ein bisschen das Argument, dass es vielleicht einen Designer des Universums geben könnte. Das interpretieren sie zumindest. Zu was tendiert die Wissenschaft denn wirklich, lieber Tim? Also, vor Ort muss gesagt werden, diejenigen unserer Zuhörer, die wirklich noch tiefer in die Astrophysik und Astronomie, Kosmologie einsteigen wollen, die werden, wenn sie sich auch auf Englisch informieren, häufiger einen Begriff, wobei der wird auch im Deutschen benutzt, in diesem Kontext hören, das ist das Intelligent Design. Wenn irgendwer immer vom Intelligent Design spricht, also intelligenten Design, dann ist immer das Prinzip gemeint, das anthropische Prinzip. Jetzt ist natürlich etwas schwer, das in ein schwaches und ein starkes anthropisches Prinzip zu unterteilen, fand ich persönlich zumindest. Das eine heißt das starke anthropische Prinzip, weil es natürlich näher in die Materie eingeht. Das Schwache sagt ja essentiell im Grunde nur, okay, es muss überall, also das Universum, das muss ja überall auch so sein, wie es hier bei uns ist. Ich kann dir mal gerade sagen, wie ich es gelernt habe. Ja. Also während das schwache Prinzip besagt, dass das Universum so beschaffen ist, dass Leben entstehen kann und dass wir als Beobachter daher nur in einem Universum existieren können, das solche Bedingungen halt zulässt, besagt das starke Prinzip eher sowas wie, dass das Universum so beschaffen ist, dass Leben und Beobachter notwendigerweise existieren müssen. Dies wieder wird dann eben von den Theologen so ein bisschen, sagen wir mal, in diese Richtung Great Designer interpretiert. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das wirklich die Hauptaussage des starken anthropischen Prinzips ist. Ich will die ganze Zeit Anthropologie sagen in meinem Gehirn. Der Unterschied ist, also was du ja gerade gesagt hast, war, dass das starke sagen würde, dass unser Universum quasi mehr oder indirekt mehr oder weniger auch einen Beobachter wie den Menschen braucht. Also dass es extra dafür sorgt, dass einer geschaffen werden kann. Die Grundaussage ist ja, dass unser Universum so perfekt feinkalibriert ist, und da ist es viel detaillierter als das Schwache, so perfekt feinkalibriert ist, dass er existieren kann. Die Zuhörer, die die letzte Folge geguckt haben, die wissen, worüber wir reden. Ich hatte es ja aber auch im Monolog erwähnt. Es geht ja um die vier Urkräfte mit ihren Naturkonstanten. Wie schon gesagt, wenn die Stärke der Gravitationskraft zum Beispiel im Vergleich zur starken Wechselwirkung nur ein bisschen anders wäre, würde unser gesamter Kosmos zusammenbrechen. Dann wäre da nichts mehr da, die Realität wäre nicht möglich. Jetzt könnte man basierend darauf sagen, okay, wenn das wirklich so unglaublich fein ist und alles andere alternativlos ist, dann ist das ein intelligentes Design. Das ist ein großes Argument für die Religion. Das Problem ist nur, das starke anthropische Prinzip lässt sich sehr, sehr leicht aushebeln, argumentativ, und zwar vom schwachen anthropischen Prinzip. Das schwache anthropische Prinzip besagt ja, dass wir nur die Bedingungen wahrnehmen können, unter denen wir existieren können. Das bedeutet also, wenn das Universum irgendwie anders gemacht wäre, als es jetzt gerade ist, dann könnten wir uns nicht darüber wundern oder uns beschweren, dass es anders ist, weil dann würden wir niemals geboren sein. Dementsprechend können wir uns jetzt hinstellen und sagen, das muss alles ein Gott erschaffen haben. Wir können aber auch feststellen, dass wir womöglich einfach richtig Glück hätten, denn jede Alternative zu Glück wäre für uns wortwörtlich nichts. Also ja, das ist also schon ein kleines Problem hier. Es ist natürlich für den Menschen oder für unser Gehirn irgendwie schwer vorstellbar, dass wir uns darauf verlassen sollen, dass wir einfach ein so unglaublich winzig kleiner Zufall waren. Aber es gibt da immer ein anderer schöner Vergleich, den ich gerne nutze. Wissenschaftler haben mal ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du geboren wurdest, bei ungefähr 1 zu 500 Billionen liegt. Jetzt kannst du sagen, oh mein Gott, ich hatte ein unglaubliches Glück, es muss ein Wunder sein. Oder du kannst sagen, okay, aber ich bin ja geboren. Und wenn ich nicht geboren wäre, I don't care. Genau, I don't care. I don't care. So, wenn ich nicht geboren wäre, dann könnte ich das nicht mathematisch nachrechnen. Okay, 1 zu 500 Billionen? Ich weiß auch nicht, wo die angesetzt haben. Weil ich meine, du kannst ja zeitlich an verschiedenen Stellen ansetzen. Geht es darum, dass deine Eltern sich kennengelernt haben? Geht es darum, dass du das Wettrennen gegen besser, für größeres bestimmte Spermien gewonnen hast? Oder geht es darum, dass sich auch erst das ganze Universum entwickeln musste? Okay, aber worauf du hinaus willst, dein Hauptargument oder das, was du sagst, es geht eher in Richtung Lotterie. Das, was wir auch als Thema schon öfter hatten. Im Grunde ist das, frustriert wahrscheinlich auch ein paar Menschen. Menschen im Grunde besagt das anthropische Prinzip als Ganzes dann, dass es ein Nicht-Argument ist, ja? Es ändert einfach, es ändert nichts, so muss man das formulieren. Es regt aber natürlich zum Träumen an. Also das Intelligent Design ist ja trotzdem etwas, dass das in der Wissenschaft auch beachtet wird. Denn ich habe es ja auch im Monolog angesprochen, dass wir künstlich erschaffen wurden, ist nicht unmöglich. Man darf halt nur niemals den Fehler machen, dass man das dann sofort auf seinen religiösen Glauben irgendwie aufmünzt, um das mal so zu sagen. Kommen wir zum zweiten Thema, was im historischen Teil auch benannt wurde von mir, nämlich zum Gottestheorem. Und da hatten wir ja auch im Vorfeld einmal kurz zugesprochen. Das ist ein, naja, ich glaube schon, dass wir alle das verstehen können, aber es ist dann in seiner Komplexität trotzdem auch etwas, was man vielleicht von dir nochmal richtig erklärt bekommen muss. Jetzt muss ich selber gerade kurz überlegen, ob ich das aus dem Kopf nochmal komplett runterrasseln kann. Ich habe generell auch ein YouTube-Video dazu hochgeladen, da erkläre ich das komplett. Das Gödel'sche Gottestheorem wurde von Kurt Gödel aufgestellt. Diejenigen von euch, die Oppenheimer geguckt haben, die können ihn da tatsächlich in einer Szene mit Albert Einstein sehen. Der läuft mit ihm immer rum. Das war ein relativ paranoider Mensch. Und der war ein genialer Mathematiker, hatte aber generell seine Schwächen, könnte man sagen. Der hat dieses Theorem geheim gehalten. Das wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht. Vermutlich, weil er wusste, okay, das hat nicht ganz die Lösung bisher geliefert, die er wollte. Im Grunde ist es so, dass das Gödel'sche Gottestheorem erstmal damit anfängt, dass man die gesamte Welt in positiv und negativ unterteilen kann. Und ich möchte dir gleich vorab sagen, wir dürfen positiv und negativ hier nicht mit Gut und Böse gleichstellen. Das ist nicht eine Frage der Moral. Es ist eher eine Frage vom Plus und Minus, ähnlich wie ein Magnet, eine Seite hat, die positiv geladen ist und eine Seite hat, die negativ geladen ist. Und dann hat er quasi verschiedene Annahmen, Axiome in diesem Fall, aufgestellt, zum Beispiel, dass es zu jedem positiv ein Negativ gibt. Zum Beispiel, das Positiv ist satt, das Negativ ist hungrig. Es ist eine sehr, sehr schwere Sache, tatsächlich dies dann weiter zu verfolgen. Es ist nicht ganz klar, ob das wirklich aufgeht. Auf jeden Fall muss man dann sagen, okay, Existenz selbst, also das Sein, das ist was Positives. Das ist wahrscheinlich die eine Annahme aus dem Gödel'schen Gottes Theorem, wo wir alle sofort sagen würden, ja, das tragen wir auf jeden Fall mit. Und dann geht es auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiter und er unterteilt dann auch in Subgruppen. Also es gibt nicht einfach nur Sachen, die eine positive oder negative Eigenschaft haben. Es gibt auch Sachen, die induzieren etwas Positives. Ich überlege gerade, was ein gutes Beispiel war. Es gab was mit Welpen. Ich glaube, genau, Welpenhaft. Welpenhaft ist ein gutes Beispiel. Jeder Welpe ist Welpenhaft. Welpenhaft wiederum induziert, dass etwas sehr plüschig ist. Das ist jetzt hier mathematische Gruppentheorie. Da werden wir nicht im Detail drüber reden, sonst schlafen die Zuschauer ein. Auf jeden Fall baut er das Ganze wirklich wie eine mathematische Struktur auf. Und dann kommt halt die Idee, okay, jetzt gibt es einen Gott. Ja, einen Gott, wie definieren wir einen Gott? Ein Gott hat die Eigenschaft, dass er alles Positive in sich vereint. Und das wird natürlich auch bedeuten, dass ein Gott Welpenhaft ist. Das ist aber für uns jetzt nicht so wichtig. Vor allen Dingen ist ein Gott, vor allen Dingen ist ein Gott dann aber eben existierend. Ja, ein Gott muss existieren, wenn er alle positiven Eigenschaften in sich eint. Und es gibt, da muss ich jetzt gerade aber sehr stark überlegen, es gibt da noch weitere, es gibt da noch eine Art Beweisargument, das er dafür aufgebaut hat. Also quasi ein Gott muss existieren, denn es ist so und so. Aber das habe ich jetzt gerade leider nicht mehr im Kopf. Also das Ganze ist ein in sich geschlossenes System, dieses Gödel'sche Gottes Theorem. Das ist in sich geschlossen, das heißt also, die Annahmen da drinne, die bestätigen sich alle gegenseitig, sodass es funktioniert. Wir können aber halt nicht beweisen, dass die Welt wirklich in positiv oder negativ zu unterteilen ist. Das heißt, der Anker zwischen unserer Realität und diesen Theorem, der ist quasi nicht bewiesen. Ein Supercomputer hat aber im Jahr 2013 schon mal bewiesen, dass das Gödel'sche Gottes Theorem definitiv in sich geschlossen zu 100 Prozent funktioniert. Und das ist schon mal ein gewaltiger Sprung nach vorne. Weil das heißt ja natürlich, dass du jetzt sagen kannst, Gott existiert definitiv. Ich glaube nicht an einen Gott, aber ich muss daran glauben, dass die Welt in positiv und negativ zu unterteilen ist, aber nicht in einem moralischen Sinne, sondern eben in einem, ja, ich weiß nicht, nennen wir es mal, metaphysischen Sinne. Aber da habe ich jetzt mal eine Frage. Ja. Also erstmal klang das jetzt bis zu dem Computerergebnis wie ein riesiger Scam. Weil wenn ich etwas, also wenn ich einen Raum mir denke, erschaffe, auf Papier, wie auch immer, und ich sage, es ist alles positiv und negativ, dann ist ja völlig klar, dass es dann auch aufgeht als Rechnung, wenn ich immer zu einem. Nicht zwangsweise. Nicht zwangsweise. Okay, aber warum nicht? Ich überlege gerade, welches Beispiel ich dafür nennen könnte. Es gibt dann Sachen, die können, es gibt zum Beispiel, dann könnt ihr Objekte geben, die positive und negative Ereignisse beide in sich vereinen, ja, also so der Welpe, der vereint dann, also der Welpe könnte rein theoretisch dieselbe positive und negative Eigenschaft unter Bedingungen haben. Ich kann das Persönlichkeit nicht wiedergeben, dafür hätte ich wahrscheinlich tiefer in das Gödel'sche Gottestheorium einsteigen müssen. Das ist gerade alles sehr, sehr tiefe Zahlentheorie. Ich kann aber unseren Zuhörern sagen, ich studiere ja zur Zeit Physik, dass vieles davon sich erstmal wie ein Scam anfühlt, das kenne ich auch. Also das ist wirklich so, man guckt sich da irgendwelche Aufgaben oder Theorien an, wo jemand sagt, wir haben einen Raum und in diesem Raum ist das und das und das beinhaltet, beweisen sie, dass das und das gilt und man guckt sich das an und denkt, du willst du mich verarschen, das ist doch offensichtlich, du hast diesen Raum aufgestellt. Und dann merkt man erst, wenn man tiefer reinsteigt, oh, das ist gar nicht so offensichtlich, ich muss jetzt hier diese L-lange Formel X und F da benutzen, um das da herauszufinden. Also das Gödel'sche Gottestheorium, das ist komplex und das komplette Verständnis dafür ist auch komplex. Es ist aber natürlich, ich glaube, die Durchschnittsperson würde das nicht als Gottesbeweis akzeptieren, weil es geht, für einen Mathematiker könnte das als Gottesbeweis funktionieren, aber es ist halt sehr, sehr abstrakt. Das ist das Problem der Mathematik im Vergleich zu unserem Alltag. Okay, jetzt habe ich da, als ich mich damit ein bisschen befasst habe, habe ich immer so gelesen, okay, er beweist da bestimmte Dinge, die alle mathematisch erfasst werden können und dann gibt es anscheinend irgendeinen Teil, den man mathematisch nicht erfassen kann und diese Lücke oder wie man das dann auch immer nennen mag, das ist sozusagen der Beweis für Gott oder dafür, dass es etwas anderes gibt noch. Was ist denn denn das, was man nicht beweisen kann? Erstmal im Grunde die Verbindung zu unserer Realität jetzt gerade. Wie schon gesagt, du kannst verbinden, dass das Ding in sich geschlossen ist. Kannst du beweisen, dass die Welt wirklich negativ und positiv ist? Vielleicht irgendwann. Mich wüsste jetzt auf keinste Art und Weise weh, aber momentan auf jeden Fall nicht und ganz sicher nicht mit einem Supercomputer so jetzt. Gibt es irgendwelche historischen Ereignisse, die zu dieser Entwicklung des Gottesbeweises von Gödel geführt haben? Gibt es irgendwelche äußeren Einflüsse, unter denen er beispielsweise stand? Immens, immens. Ich meine, er lebte Anfang des 20. Jahrhunderts, das war so ein äußerlicher Einfluss. Wir dürfen nicht vergessen, wie religiös die Menschen damals waren. Ein schönes Beispiel ist ja auch Albert Einstein. Ich weiß nicht, ob wir dir über den gleich noch reden, dann will ich das gar nicht vorwegnehmen. Doch, darfst du gerne mal ausführen. Eine sehr religiöse Person natürlich und Leute fragen mich ständig, aber Tim, warum war Albert Einstein so religiös, wenn er das Universum doch so erfasst hat und du sagst, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Gott relativ klein ist? Weil er ein Mensch war. Weil er ein Mensch war, weil er in religiösen Haushalten aufgewachsen ist, weil er mit einer tiefen Verbindung zur Religion aufgewachsen ist, so wie die meisten Menschen damals. Das haben wir ja heute gar nicht mehr auf diesem gleichen Level und die Religion hat ihm geschadet in dem Fall, weil er natürlich die Quantenphysik dann zwischenzeitlich geleugnet hat, weil Gott nicht würfeln würde. Und das sehen wir halt bei Kurt Gödel genauso. Diese Menschen gingen fest davon aus, dass Gott existiert. Das war für die keine Frage der Wissenschaft, obwohl sie alles kritisch hinterfragen haben. Aber sie fühlten sich natürlich verpflichtet, es zu beweisen zu einem gewissen Grad beziehungsweise es zu erklären zu einem gewissen Grad. Und das hat ihre Arbeit dann natürlich beeinflusst. Ich muss mal natürlich sagen, Kurt Gödel hat seine Arbeit, wie schon gesagt, nicht veröffentlicht. Das heißt, wie sicher er sich da fühlte, das müssen wir dann vielleicht auch in Frage stellen. Aber Albert Einstein war sehr offen mit seinem Glauben beispielsweise, auch wenn sein Glaube dann doch von der Physik sehr beeinflusst wurde. Also er war kein klassischer Christ in dem Sinne. Er war Christ? Er war Jude, glaube ich, oder? Ich glaube, er war auch gar kein Christ. Er war Jude. Er war so oder so kein klassischer Christ in dem Sinne. Aber auch kein klassischer religiöser Mensch, sagen wir es mal so. Ja, doch, natürlich war er Jude. Er ist ja aus dem Nationalsozialismus dann abgehauen. Er war kein klassischer religiöser Mensch. Er hat geglaubt, dass ein Gott quasi in allen Dingen drin ist. Also er hat sich Gott nicht als Entität vorgestellt, dem man quasi begegnen kann, sondern eher gesagt, okay, das hier alles ist Gott. Dieser Kosmos, wie er funktioniert, das ist Gott. Und ich bin mehr oder weniger ein Teil davon, aber ich bin trotzdem auch seine Kreation. Das ist eine ganz komische Interpretation, die ich jetzt auch, glaube ich, nicht zu 100 Prozent akkurat wiedergegeben habe, weil ich die auch ehrlich gesagt nie ganz begriffen habe. War aber damals der heiße Scheiß mit der Physikern, dass man quasi gesagt hat, ja, Gott ist real. Gott existiert halt in all diesen Dingen. Gott lebt in der Physik, könnte man sagen. So haben die es dargestellt. Naja, so weit ist das ja auch nicht weg. Ich meine, damals, klar, gab es nochmal eine deutlich intensivere religiöse Sozialisierung in der Gesellschaft. Aber man sieht das ja bis heute, dass viele Wissenschaftler, auch Top-Wissenschaftler, aufgrund der Erkenntnisse, das habe ich ja auch im historischen Teil schon erwähnt, aufgrund der Erkenntnisse, sagen wir mal, spirituell inspiriert werden. Sei es, weil man damit eine Lücke füllen möchte, von den Dingen, die man sich noch nicht erklären kann. Sei es aber auch einfach aufgrund der Faszination, dass es eben diese Erkenntnisse gibt. Und beispielsweise das alles so perfekt zusammenpasst. Das ist dir, glaube ich, die große Antwort darauf. Also, wie gerade gesagt, Gott lebt in der Physik, so hat Albert Einstein das gesehen, in der Mathematik, aber womöglich noch viel stärker. Das war ein Argument, das er benutzt hat, das sehr viele benutzt haben, dass es weniger die Physik ist, die so schön in sich greift, die ist ja auch immer ein Work in Progress, aber eben die Mathematik. Eine Sache, die wir ja mehr oder weniger eigentlich entdecken und gar nicht aufstellen. Ja, und deswegen ist Mathematik ja eine Naturwissenschaft, die Sprache, in der das Universum kodiert ist. Und alles in der Mathematik greift so schön in sich selbst rein, es ist so unglaublich komplex, dass unser Eins das meistens gar nicht kapiert. Aber es greift in sich, es ist dieses riesige Konstrukt. Und da haben wir ebenfalls einen Bereich, wo dann wieder der Begriff Intelligent Design sehr, sehr gerne benutzt wird. Weil es wirkt, es ist das eine zu sagen, dass es komisch wirkt, dass irgendwelche Naturkräfte in sich gegriffen haben, um zufällig diesen Kosmos zu erschaffen. Aber dass all diese mathematischen Formeln aus Zufall erschaffen worden sein sollen, das sitzt bei vielen Leuten noch viel, viel falscher. Und da, da finden tatsächlich über die Mathematik ausgerechnet viele Menschen zur Spiritualität. Ich stelle mir das, das mag total falsch sein, aber ich stelle mir das tatsächlich immer ein bisschen anders vor. Oder wenn ich mir versuche vorzustellen, wie es aus einer Nicht-Spiritualität dazu kommt. Wenn ich zum Beispiel ganz viel Sand habe und das in eine Form presse, dann ist es natürlich in dieser Form dann so irgendwann geschaffen, dass es wirklich zusammenpasst. Also sprich im Prinzip, damit irgendwas überhaupt funktioniert, muss es in irgendeiner Art Form sozusagen gepresst werden. Das bedeutet aber eben nicht, nicht, dass es künstlich erschaffen ist, sondern es kann natürlich auch, die Form kann ja alles sein erstmal. Aber ich weiß nicht, wie weit man davon, wie weit man dann da irgendwie inhaltlich weggeht. Grundsätzlich finde ich aber, das ist ganz interessant, wenn man wirklich sich über diese Thematik dann mal Gedanken macht, warum passt alles so perfekt zusammen. In der Mathematik sowieso. Das kommt ja noch dazu. Zu Gödel's Theoremen. Wie beeinflusst das denn bis heute die Debatte? Einmal in der Philosophie, beispielsweise jetzt über die Existenz Gottes, aber vielleicht auch in der Wissenschaft. Tatsächlich, hier reichen sich beide Seiten die Hand. Wir haben ja immer das Klischee, dass Philosophie-Studenten oder Philosophie-Philosophen auch nur rumsitzen und labern und sich Dinge ausdenken. Die Professionellen über das schwache Level eines Richard David Prechts hinaus, die arbeiten aber tatsächlich viel mit Formeln und Axiomen tatsächlich. Auch Formeln und Axiomen, die schon in den Quantenbereich reingehen. Also die müssen da auch ein bisschen Physikkenntnisse dann teilweise mitbringen. Dort hat das Gödel'sche Gottes Theorem definitiv Relevanz. Und in der Physik hat es insofern Relevanz. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum wir es jetzt gerade hier in einem Physik-Podcast ansprechen. Weil es eben der eine wirklich valide Versuch ist, einen Gottesbeweis zu machen. Das antropische Prinzip ist schön. Das antropische Prinzip ist aber viel zu schwach, um jemals auch nur im Ansatz als Gottesbeweis durchzugehen. Weil wie schon gesagt, es widerlegt sich ja quasi selbst. Das schwache Prinzip widerlegt das starke Prinzip. Aber hier hat man tatsächlich auf einmal einen richtigen mathematischen Versuch, Gott zu beweisen. Und dieser Versuch ist ja nicht gescheitert. Er funktioniert nicht, aber er ist nicht gescheitert. Das ist ein riesiger Unterschied. Denn ein Supercomputer hat ja bewiesen, dass man rein theoretisch damit einen Gott beweisen könnte, wenn die Grundannahmen stimmen. Und dementsprechend wird das auch weiter relevant sein. Denn wer weiß, vielleicht werden wir in 20 Jahren auf irgendeine dumme Art und Weise eine Idee bekommen, wie man das beweisen könnte. Oder irgendwie eine Art super, super, super Symmetrie im Kosmos entdecken oder so. Und dann wird das auf einmal wieder ganz, ganz aktuell. Das Thema ist auf jeden Fall nicht irgendwie ein totes Thema der Vergangenheit. Okay. Also, es ist sozusagen auf Wartestand und könnte unter Umständen irgendwann wieder richtig relevant werden. Genau. Das ist interessant. Gibt es irgendwelche Kontroversen oder Diskussionen dazu, die aktuell sind? Ich meine die Tatsache vielleicht, dass Gürtel einen kleinen Ticken wahnsinnig war. Inwiefern war er denn wahnsinnig? Das hast du eben schon mal gesagt. Also, er hatte zum Beispiel, das wird im Film Oppenheimer, wird das kurz von Albert Einstein erwähnt, dass Gürtel zwischenzeitlich geweigert hat, sich zu essen, weil er noch in Amerika dachte, dass die Nazis ihn vergiften wollen. Das heißt also, der war nicht einfach nur paranoid, sondern das war schon wirklich krankhaft paranoid. Ein sehr zurückgezogener Typ, teilweise ein bisschen, ja, ein bisschen ein Quergeist. Aber das hängt dann vermutlich auch mit seinem mathematischen Genie zusammen. Also, die gehen dann vermutlich Hand in Hand, weil er mathematisch natürlich große Arbeiten noch geleistet hat. Aber er muss auf jeden Fall, sagen wir mal so, er war nicht ein großer Charismat und wahrscheinlich auch kein großer öffentlicher Redner. Okay. Kommen wir zum Gottesteilchen. Das Higgs-Boson, was beispielsweise Gottesteilchen genannt wird. Auch da haben wir uns ganz kurz so in zwei Sätzen kurz darüber im Vorfeld unterhalten. Und da hast du gesagt, es gibt wilde Diskussionen darüber und du hast mich tatsächlich auch in meiner positiven Art, wie ich das darstellen wollte, hattest du mich ein bisschen gebremst und hast gesagt, ja, es gibt Diskussionen überhaupt darüber, ob dieses Milliardenprojekt es überhaupt wert war. Kannst du das mal ausführen? Wir fangen ganz, ganz simpel erst mal an. Also erst mal für alle natürlich das Higgs-Boson, das Gottespartikel, das ist das Partikel, nachdem ich glaube schon seit Anfang der 2000er Ende der 90er gesucht wird in der Schweiz und seit 2008 im riesigen CERN Teilchenbeschleuniger ebenfalls. Dafür ist nicht immer natürlich, die machen auch andere Sachen, aber einen relativ relevanten Teil der Zeit ist der CERN dafür da, um das Higgs-Boson zu finden. Ein sehr schwaches Partikel, welches kurz nach dem Urknall das CERN ist ja dazu da, um die Zustände nach dem Urknall zu simulieren, welches da kurz existiert haben soll und welches ähm also wenn ich mir leckere, ob ich das richtig wiedergebe, welches, soweit ich das gerade richtig im Kopf habe, jetzt musst du mich mal kurz korrigieren, ob ich das gerade falsch eingespeichert habe beziehungsweise mit anderen Partikel verwechsel, welches eine Masse hat, ein eigenes Gewicht hat, ohne mit dem Higgs-Feld, dem Energiefeld des Universums interagiert zu haben. Generell bekommen alle Partikel ihre Masse von dem von dem Higgs-Feld, dem Energiefeld des Universums durch einen Prozess namens Wechselwirkung mit den Kluonen, das heißt, du hast gerade auch ein Körpergewicht, weil du das durch das Higgs-Feld bekommst. Photonen, massefrei, interagieren nicht mit dem Higgs-Feld, gehören übrigens ebenfalls zur Gruppe der Bosonen, also Bosonen, das sind Partikel, die einfach mehr oder weniger ihr eigenes Ding da drehen. Jetzt ist aber der springende Punkt, darüber müssen wir unbedingt reden, warum heißt das Gottespartikel? Die Tatsache, dass das Ding seit Jahrzehnten gesucht wird und dafür halt Milliarden reingepumpt werden in das größte Forschungsobjekt der Welt, hat bei vielen zu Recht natürlich die Idee entwickelt, dass das Megapartikel, das alles verändert sein soll. Der Grund, warum es aber Gottespartikel heißt, ist, weil ein Mann Anfang der 2000er, ein Physiker, ein Buch darüber schreiben wollte, weil er schon nach ein paar Jahren sehr frustriert über die Suche danach war und das Buch, das hat er genannt Finding the Goddamn Particle, also die Suche nach dem Gottverdammten Partikel, der Verleger des Buches in der Schweiz war aber ein sehr religiöser Mensch, deswegen hat er den Titel umgeändert in die Suche nach dem Gottpartikel. Das ist der Grund, warum wir das Gottpartikel nennen und ich finde, wenn man diesen Grund kennt, dann ordnet das bereits einige Sachen sehr, sehr richtig ein, denn darum geht es. Also wir haben jetzt unglaublich viele Milliarden da rein investiert und nochmal, nochmal, für das Teilchenmodell, also im Grunde die Familie an Partikeln, mit der wir auch erklären, wie das Universum funktioniert, für das wäre es schon relativ relevant, wenn wir da quasi ähnlich wie bei unserem Periodensystem in der Chemie sämtliche Plätze füllen, damit wir alles gut erklären können, das heißt, es wäre immens nützlich, dieses Partikel zu finden. Es gibt aber trotzdem Physiker, und ich will gar nicht tief in die Kontroverse einsteigen, weil ich habe hier keine Meinung, ich bin kein Partikelphysiker, aber es gibt Leute, die das kritisieren, dass wir halt trotzdem schon echt viel Zeit und Ressourcen rein investieren, in ein Partikel, welches halt, so, man muss ja überlegen, wie schwer es überhaupt ist, das gerade zu reproduzieren und zu finden scheinbar, in ein Partikel, welches nicht wirklich viel Relevanz für uns hat, also, wenn man sich anguckt, was da gerade im Hintergrund für andere, an anderen Ideen geplant wird, um das frühe Universum mit dem Urknall zu untersuchen, dann fragt man sich, okay, ist das jetzt wirklich der eine Weg, aber andererseits bin ich mir sicher, dass man auch andere coole Sachen in ein Teilchenbeschleuniger reinwerfen kann, um zu gucken, was passiert, deswegen bin ich dir nicht zu sauer. Gut, ich sehe, das Thema bewegt dich, vielleicht für die Hörer noch mal kurz zusammengefasst, also es geht im Prinzip darum, die Vergabe von Masse an andere Elementarteilchen im Universum und es geht um die Bestätigung des Standardmodells der Teilchenphysik, um eben diese grundlegenden Fragen über Natur und Materie zu lösen im Universum. Jetzt sagst du, das hat nicht so die große Relevanz, es gibt andere Sachen, die wichtiger wären, auch im selben Thema oder in derselben Thematik, was wäre das denn zum Beispiel? Ganz konkret haben wir im letzten Podcast über ein potenzielles Thema gesprochen, nämlich, dass man ja versucht, mit Hilfe von Gravitationswellen zum Beispiel bis auf eine Sekunde vor den Urknall zu gucken, könnte rein theoretisch ebenfalls einen gewaltigen Unterschied bringen, falls das funktioniert. Man könnte sich überlegen, da vielleicht mal mehr Milliarden reinzukippen, aber nochmal, ich will mich sehr weit aus dieser Debatte raushalten, auch weil ich nicht so tief darin stecke, als dass ich hier eine feste Meinung äußern könnte. Gut, wir halten fest, wir wissen das alles noch nicht so genau, wie das mit dem Universum entstanden ist und wir wissen auch nicht, wie das in der Teilchenphysik jetzt genau aussieht. Es gibt Hinweise darauf. So, jetzt kommen wir zur zentralen Frage. Aus dem wissenschaftlichen Standpunkt heraus, wie würde denn Gott aussehen, wenn es ihn geben würde? Man muss immer bedenken, dass unsere Vorstellung von einem Gott immer einen Nachteil haben wird im Vergleich zu der einfachen Physik oder irgendwelchen Naturkräften. Unsere Realität ist unendlich alt. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Sie muss unendlich alt sein, weil es kann ja nicht irgendwas aus dem Nichts entstanden sein. Das bedeutet aber, dass ein Gott dann rein theoretisch unendlich lange existiert haben muss und hier sehen wir einfach Schwierigkeiten, wenn ein Gott ein lebendiges Wesen ist. Wenn ein Gott ein lebendiges Wesen ist, dann wirkt es sehr komisch, wenn er unendlich lange existiert hat, einfach im Raum quasi rumgeschwebt ist, mehr oder weniger. Wenn er doch ein Gehirn hat zum Denken, wenn er auch ein Bewusstsein hat und die Frage ist natürlich auch immer, wie ein Gott entstanden ist. Das ist ja nur ein Beispiel jetzt. Es gibt ganz viel weitere Fragen. Wenn wir uns das angucken im Vergleich zu der Idee, dass da eine Urkraft war oder mehrere Urkräfte und die existierten in einem zeitlosen Raum, dann funktioniert das irgendwie besser. Zumal auch ein Wesen, welches denken kann und welches lebt, dass das ja gar nicht wirklich in einem zeitlosen Raum bestehen kann, weil du dort nicht denken könntest, auch wenn du ein Gott bist. Das würde ja einfach nicht wirklich Sinn machen. Das heißt, wir müssen schon mal feststellen, unsere menschliche Vorstellung von einem Gott, die ja schon irgendwie dann auch ein bisschen der menschlichen Art entspricht oder schon ziemlich stark der menschlichen Art, die hat krasse Schwächen im Vergleich zu einer natürlichen Physikvorstellung. Eine natürliche Physikvorstellung im Sinne von Gott ist eine Art Energie kann ich aber nicht liefern, das kann ich deswegen nicht liefern, weil ab dem Punkt ist es kein Gott mehr. Es gibt ja Menschen, die sowas sagen. Ich stelle mir Gott als eine Energie vor, die das ganze Universum antreibt. Aber was ist denn dann dein Gott noch? Weil eine Energie wird niemals deine Anbetung erfordern. Wenn wir auf die andere Möglichkeit gucken, also dass unser Universum künstlich erschaffen wurde, dann haben wir einen Ankerpunkt in die andere Richtung. Dann können wir auf einmal sagen, dass unser Gott viel, viel menschlicher ist als der Gott in einer Bibel oder im Koran, weil unser Gott dann eben ein Wissenschaftler oder eine weiterentwickelte Zivilisation wäre. Das heißt, das sind dann auch irgendwelche Wesen, welche mal in einer Steinzeit oder so angefangen haben und sich dann weiterentwickelt haben zu einem komplexeren Zustand. Aber hier natürlich, wenn es jetzt um Äußeres geht oder sowas, dann können wir gar keine Beschreibung machen. Und natürlich mache ich auch hier gerade einen Fehler, denn unser Konzept Wissenschaftler ist ja auch ein Konzept, welches womöglich ausschließlich kulturgeprägt durch die Menschen ist. Ja, also es klingt auch tatsächlich in dem Zusammenhang jetzt, wo du beides so gegenüber stellst, klingt das auch irgendwie wie ein Scam, wenn ich mir überlege, okay, ich baue mir da jetzt eine Story zusammen oder eine Erklärung, damit wir uns das irgendwie erklären können mit dem Handwerkzeug, was wir so haben. Ja, das ist immer das Problem. Wir benutzen das Handwerkszeug, das wir haben und Religion hat die starke Schwäche, dass sie das ja technisch gesehen nicht mehr macht. Es liegt doch daran, dass das heutige Handwerkszeug ein bisschen zu komplex ist. Du kannst nicht über Quantenphysik irgendwie eine Predigt halten oder du kannst es versuchen. Ich wäre beeindruckt, wenn du schaffst. Wir benutzen das Handwerkszeug von vor 2000 Jahren, um unsere Realität zu erklären und den Nachteil wird Religion zu unserer Lebenszeit wahrscheinlich nicht mehr überbrücken. Ich habe es ja im Monolog angesprochen, ja, die ganzen Wunder der damaligen Zeit, selbst wenn wir nicht die wissenschaftlichen Erklärungen hätten, die du gerade genannt hast, dafür bräuchte es kein Gott, wenn wir jetzt wortwörtlich das mehr teilen wollen an irgendeiner Stelle, dann könnten wir wahrscheinlich theoretisch dafür die nötigere Maschinerie zumindest auf dem Papier entwickeln. Also es gibt hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo einfach Gott überhaupt gar nicht erforderlich ist. Und er wird da auch immer weiter und weiter und weiter eingeschränkt. Und man kann sogar argumentieren, je nachdem, wie man das eben sieht, dass auch dieser Beweis, dass unser Universum künstlich erschaffen worden sein kann, dass das gar nicht für einen Gott spricht, sondern gegen einen Gott. Denn diese künstliche Erschaffung ist ja nicht durch die klassische Vorstellung eines allmächtigen Gottes passiert. Und ich habe es ja sogar beschrieben, sie bringt auch Limitierung mit sich. Ich habe es aber auch gesagt, das will ich nochmal kurz ansprechen, dass wir natürlich mehrfach auch erwähnt haben, dass es immer noch ein paar Spieltricks für einen Gott gibt, wenn man denn unbedingt auf die menschliche Vorstellung beharren will, was meiner Meinung nach der große Fehler ist. Und eine Möglichkeit davon wären höhere Dimensionen. Das ist ein Argument, das höre ich von vielen religiösen Menschen, könnte Gott in höheren Dimensionen existieren. Könnte er das? Rein theoretisch ja. Aber dann wäre dein Gott wahrscheinlich dann ebenfalls einfach keine Sache, die das Universum erschaffen hätte, sondern wäre auch mit dem Urknall erst entstanden und wäre eine weiterentwickelte Zivilisation. Wenn wir natürlich jetzt einen ganz weiten Zeitsprung zurückmachen in die zweite Folge dieses Podcasts, zur Kardaschowskala, dann muss man natürlich sagen, dort haben wir ja sogar gesagt, dass eine Stufe 3 Zivilisation gottgleich wäre. Es müssen jetzt aber die religiösen Menschen für sich entscheiden, ob denen das genug wäre. Gut, jetzt hast du gerade schon wieder die Mehrteilung genannt. Ich glaube, wir bräuchten gar nicht das, was du genannt hast. Wir bräuchten eigentlich nur den Ostwind und eine Schlammbank. Aber da bin ich jetzt gerade irgendwie auch nochmal auf dieses Bildnis an sich gekommen, weil prinzipiell ist es ja so, dass wir über die Jahre und Jahrhunderte hinweg Gott zu etwas immer Größerem gemacht haben. Obwohl man ja eigentlich denkt, dass die in der Antike oder seit Zivilisationsanfang der Menschheit, dass sie da Gott zum Größten gemacht haben. Aber eigentlich war Gott damals etwas in der Natur, also etwas relativ Berechenbares und etwas relativ Kleines im Vergleich zum Kosmos. Und mittlerweile, wenn wir uns über Gott unterhalten, so wie wir beide heute, geht es um etwas viel, viel Größeres. Weil es die Flucht nach vorne ist. Ja, genau. Also wir drängen Gott im Prinzip immer weiter nach draußen, weil wir es müssen, weil wir uns andere Dinge anders erklären können. Ist das nicht der größte Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt? Es ist auf jeden Fall ein extrem großer Beweis. Also generell, das haben wir ja so Art hier noch nicht ausgesprochen in dieser Folge, einen Gott wie im Koran oder in der Bibel, den wird es nicht geben. Es ist eine menschliche Vorstellung, komplett geprägt von vorne bis hinten durch menschliche Kultur. Allein die Tatsache, dass in der Bibel drinsteht, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden ist, ist so eine Selbstarroganz, dass man unmöglich im Kontext des Universums daran glauben kann. Und du hast es schon ganz schön ausgesprochen. Wir haben uns natürlich eine Falle damit gestellt, dass Gott immer größer werden musste. Ich meine, die alten Griechen haben geklaut, dass ihre Götter einfach auf einem Berg wohnen, den Mount Olymp, dass man da halt nicht hochklettern sollte, obwohl der Berg gar nicht so hart zu besteigen ist. Das heißt, das war schon mal ein sehr schönes Beispiel. Aber das Problem ist halt, dass diese Flucht nach vorne auch passieren musste, weil natürlich wir heute wissen, wie es zum Beispiel auf dem Mount Olymp aussieht. Die unentdeckten Orte auf der Welt, die mysteriösen, geheimnisvollen, die sind weg. Wir können die ganze Erde mit Satelliten beobachten. Gott ist nicht da. Wir haben nachgeguckt. Außer die Meerestiefen. Schweres Thema. Vielleicht ist da Gott. Über Kusulu-artige Götter sprechen wir in einer anderen Folge. Okay. Die Flucht nach vorne war dann eine Flucht ins Weltall, aber Gott wird ja nicht irgendwo im Weltall rumschweben, außer er ist eine weiterentwickelte Alien-Zivilisation. Das heißt, irgendwann musste man aus dem Universum rausgehen und das wird natürlich immer weitergehen. Ich denke, irgendwann wird es dann diesen Punkt geben, wo Gott sich einfach komplett von dem Thema Wissenschaft trennen muss. Das ist aber ein Punkt, der sehr, sehr langsam laufen wird oder vielleicht sogar zu unserer Lebzeit nicht passieren wird, aus dem ganz einfachen Grund, dass der Großteil der Bevölkerung Wissenschaft oder Physik gar nicht gut genug versteht, um wirklich da überhaupt eine Trennung zu sehen. Ich meine, ich kann dem Großteil der Menschen sagen, Gott könnte ein höher dimensionales Wesen sein und die meisten davon würden das akzeptieren wahrscheinlich und würden jetzt nicht irgendwie in Frage stellen, ob das wirklich Sinn ergibt, obwohl ich ja gerade schon dargelegt habe, dass das nicht wirklich zwangsweise Sinn ergeben muss. Weil natürlich, wir werden nie in einer Gesellschaft leben, die zu 100% irgendwie aus so stark Physikinteressierten besteht. Gut, wäre vielleicht auch ein interessantes Geschäftsmodell, eine moderne Art der Kirche, aber davon mal abgesehen, wir haben jetzt über mehr oder weniger zwei unterschiedliche Ansätze gesprochen, wie es etwas Gottgleiches geben könnte. Mal abgesehen davon, wenn wir sagen, es gäbe nur diese Urkräfte und es gäbe nur diese Urgesetze, dann kommt man ja trotzdem automatisch zu der Frage, ja, aber warum gibt es die überhaupt? Gibt es darauf irgendeine Art von Antwort? Braucht es sie? Ich glaube, es liegt natürlich in unserem Naturell, dass wir danach fragen, aber ich glaube, es liegt auch im Naturell eines jeden Wissenschaftlers, oder? Wir können immer fragen, wo die Dinge herkommen. Wir müssen aber kein Warum fragen. Warum gibt es sie? Das muss nicht sein. Ich meine, irgendwo gibt es einen Punkt Null. Und der Antwort auf alles ist dann ein bisschen schon tatsächlich in vielen Fällen Energie. So alles ist irgendwie aus Energie entstanden. Die Urkräfte sind alle aus einer gemeinsamen Urkraft vermutlich entstanden. Das ist momentan die Idee. Und wer weiß, womöglich gab es immer zeitlos vor allem, mit allem eine Urkraft und ganz viel Energie, die alles angetrieben hat im Kosmos und die braucht dann doch keinen Anfang. Es gibt ja nicht den ersten Anfang. Das haben wir bereits etabliert, den Anfang als Punkt. Das heißt, wir kommen hier wahrscheinlich auf das absolut roheste Skelett der Realität an, welches wir überhaupt finden können. Der Gedanke, dass es auf jeden Fall Urkraft und Urenergie gibt und vielleicht dann noch eine Fusion zwischen den beiden, welche ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann. Aber darunter muss es dann kein Warum mehr geben. Irgendwo ist einfach der Grunderreich, der Grundboden. Okay. Also für alle, die an Gott glauben, in welcher Form auch immer. Ich glaube, wir haben euch ein kleines Fenster offengelassen. Für alle, die nicht an Gott glauben, haben wir euch, glaube ich, ein größeres Fenster offengelassen, aber es bleibt sozusagen dabei. Es gibt keine Antwort aktuell darauf, ob es einen Gott gibt, wie er aussehen könnte. Es ist aber ein super interessantes Thema und das haben wir auch an den Hörerfragen gesehen. Zu denen kommen wir nämlich jetzt. Bevor wir nochmal in die Thematik einsteigen, habe ich eine Hörerfrage, die out of context ist, nämlich von Lara. Die hat uns bei Instagram ein schönes Video von dir aus einem Livestream geschickt. Da warst du gerade irgendwie in deiner Wohnung oder sowas unterwegs und hast, glaube ich, von Straßenumfragen oder sowas gesprochen. Sprich, Lara hatte auf jeden Fall vorgeschlagen, ob wir nicht einfach mal Straßenumfragen machen wollen. Das war der Scherz, den ich gemacht habe, genau. Ja, ja, genau. Und der erster Vorschlag war, was machst du, um in der PISA-Studie besser abschneiden zu können? Und out of context, ich weiß, aber beantworte mal, Tim. Also, das wäre, nee, 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 ich meine, ich muss ja nicht besser werden, ich muss ja die Umfrage machen. Das Ding ist, ich würde die mit vorgehaltener Waffe machen, deswegen müssen wir mal gucken, wie erfolgreich die wäre, bevor mich die Polizei vor der Straße runterzieht. Also zumindest, wenn wir diese Frage dran nehmen, ansonsten, ich fand nicht immer den Gedanken witzig, dass man auch so einen Tisch aufstellen könnte, weißt du, wie das noch dieser eine Typ in den USA gemacht hat mit diesem Proof me wrong, so beschreibende Meinung drauf, Gott existiert nicht, Proof me wrong, aber das wäre zu edgy, mit Gott, das wäre nervig. In den USA vor allem gefährlich, aber hier könnte man es in Deutschland nervig vor allen Dingen. Unabhängig davon, aber wären die meisten Physikthemen da vermutlich nicht so ansprechend genug für alle, ja, wenn ich jetzt darauf schreibe, so vor unserem Urknall gab es nur ein neutrales Energiefeld, Proof me wrong, so was willst du machen? Wirst du dich mit mir an einem Tisch setzen? Viel Spaß. Ich glaube, du wärst ziemlich alleine an dem Tisch oder wir säßen da alleine, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, warum nicht? Wir können ja mal überlegen, ob wir sowas mal machen irgendwann. Kommen wir zu den nächsten Fragen. Da wäre zum Beispiel die Frage von Annalena, ist der Glaube an Gott eigentlich nur eine Art Psychose? Sie hat das noch weiter ausgeführt. Es ging hier so ein bisschen darum, Gottes Wahn und welche Dynamiken stecken dahinter, dass sich das oft gleicht. Also sagen wir mal, als Thema schwierig. Ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus möchte. Du kannst trotzdem beantworten. Ja? Ja, dann hau raus. Also vorab natürlich nein. Eine Psychose, das ist ja eine schwere psychische Krankheit. Selbstverständlich ist religiös sein keine schwere Krankheit. Es ist in erster Linie eine kulturelle Sache. Es gibt definitiv Menschen, welche psychische Krankheiten haben, bei denen das entweder mit Religion durch sie in Verbindung gebracht wurde oder verstärkt wurde durch Religion. Aber das läuft dann meistens durch die Menschen selbst. Also es gibt doch wahnsinnige Leute, die an verrückte Dinge glauben, ohne religiös zu sein. Das heißt, da kann man jetzt nicht die Religion für verantwortlich machen, wenn die dann Katalysator wird. Generell ist es so, dass der große Großteil aller Menschen auf dieser Erde ja nicht glauben, weil sie spontan zu Religion gefunden haben, sondern weil sie kulturell geprägt sind. Vor allen anderen Sachen ist Religion eine kulturelle Frage. Ich meine, gucken wir mal zum Beispiel einfach, gucken wir in die muslimische Welt. Gucken wir in den Nahen Osten. Es glaubt doch wirklich niemand, dass all diese Menschen zufällig unabhängig voneinander jede Generation wieder muslimisch geworden sind. Natürlich nicht. Das liegt daran, dass sie in muslimischen Familien aufgewachsen sind. Und so geht es ja überall anders auf der Erde ebenfalls. Und wenn du religiös wirst, hier in Deutschland, dann wirst du in den meisten Fällen ebenfalls christlich geprägt durch deine Umgebung. Das heißt, im Endeffekt ist das genauso sehr eine Kultursache wie das Schützenfest oder das Oktoberfest. So, damit hast du den Adler abgeschossen. Wir kommen zur zweiten Frage. Ist der Gedanke an Gott von uns nicht egoistisch? Ich finde, das ist eine sehr schöne Frage und die hattest du eben schon mal aus Zufall so ein bisschen angerissen. Die Frage kommt von... Ja, das ist schön. Ich kann kein Französisch, aber j'aime rien. Von dem kommt diese Frage? In gewissem Grad ja. Ja, auf jeden Fall ja. Das habe ich in ein paar Szenen auch schon mal in Livestreams angesprochen. Wir haben ja schon eine längere Folge über die Frage nach dem Leben nach dem Tod gemacht, die für die Religion sehr wichtig ist. Da werde ich nicht viel eintauchen. Da habe ich aber auch mehrfach gesagt, so, was maßen wir uns an, das zu erwarten, dass unser Individuum erhalten wird? Was maßen wir uns an, zu erwarten? Das können wir jetzt weiter leiten hier, dass wir so wichtig genug sind im Kosmos, dass ein Gott sich für uns interessieren sollte. Das ist ja auch eine Frage, die wir heute gar nicht gestellt haben. War es ein Gott überhaupt, dass du existierst, selbst wenn er existiert? Ein Gott, der nach unserem Ebenbild erschaffen ist, ein Gott, der sich für deine Sünden, deine Taten interessiert, aber nicht für die Taten der Tiere um dich drumherum. Das ist selbstverständlich in diesem Kontext lächerlich. Das ist Egoismus pur. Das baut auf einer ganz alten Weltanschauung an, dass der Mensch im Mittelpunkt von allem steht. Der Mensch als zugegeben, was er ja wirklich ist, Beherrscher der Erde, das kann, glaube ich, niemand in Frage stellen. Und Größenwahn würde wahrscheinlich, der gerade genannt wurde, hier sogar wieder seinen Platz finden, aber ebenfalls hier natürlich sehr stark kulturell geprägt. Weil sind wir mal ehrlich, das ist ein Egoismus und eine Ansicht, die finden wir nicht nur in der Freien, nicht nur in der Religion, die finden wir auch sonst im Alltag. Alleine die Tatsache, wie wir mit Tieren umgehen. Tendenziell ist jeder Wald auf diesem Planet erstmal etwas, das wir als unseren Besitz betrachten und die Tiere ja mehr oder weniger auch allein in der Landwirtschaft. Und das ist jetzt keine Anrede, die ich halte als Tieraktivist. Ich bin kein Tieraktivist, aber es ist einfach ein Fakt. Es ist ein Fakt. Wir nehmen uns quasi das Recht, nicht per Gottes Gnade, aber per se das Recht aufgrund unserer Kultur heraus, dass wir mit den Tieren so umgehen können, wie wir es tun. Ja, Respekt mit der Frage. Hat Jean Rien auf jeden Fall geschafft, Tim anzustacheln oder anzustechen? Und ich glaube, Kassandra Wu schafft das nämlich auch mit ihrer Frage. Ist Wissenschaft nicht eine neue Religion mit neuen Dogmen und Göttern? Nein, nein, auf keinen Fall. Zum einen haben wir keine Götter, so da ist das schon mal ein Fehler, wir besitzen keine Götter. Zum anderen aber gibt es einen ganz konkreten Grund. Wissenschaft ist evidenzbasiert. Das ist der große Unterschied zwischen Wissenschaft und Religion. Religion ist Glaube. Religion ist immer Glaube. Glaube hat keinen Platz in der Wissenschaft. Ich weiß, dass man das als Außenstehender nicht immer sofort wahrnimmt, weil man natürlich sich nicht in jeder einzelnen Beweis und jede einzelne Lektüre reinliest. Aber fundamental alles muss in der Wissenschaft bewiesen werden. Ich musste in der Wissenschaft, das heißt in der Wissenschaft, ich musste in meinem Physikstudium im ersten Semester damals beweisen, dass A mal B gleich AB ist. Und da musst du einen längeren mathematischen Beweis mit Grundannahmen herleiten, um dies tatsächlich zu beweisen. Selbst das ist eine Annahme, die man jetzt nicht machen darf. Oder das A plus B gleich B plus A ist. Das ist eine Annahme, die muss auch bewiesen werden. Das sind die fundamentalsten Sachen und das geht weiter über jede einzelne Feststellung im Kosmos, die wir jedes Jahr wieder an x Stellen beweisen. Alles wird die ganze Zeit auf die Probe gestellt. Würde man an dem selben Konzept an die Bibel rangehen, das muss man so hart sagen, würde die Bibel zerbrechen. Die Bibel ist voll mit unlogischen Stellen, die Bibel ist mit Widersprüchlichkeiten gefüllt. Jesus zum Beispiel ist höchstwahrscheinlich vier nach Christus geboren, wenn wir uns die wissenschaftlichen Daten angucken. Man müsste dieses Buch die ganze Zeit mit neuen Erkenntnissen umschreiben und dann wahrscheinlich am Ende Gott rausschreiben. Das heißt also, kein Vergleich zur Religion. Okay. Als du jetzt die ganzen Formeln da rausgehauen hast, habe ich mir wieder gedacht, eben habe ich noch gesagt, Mensch, die Mathematik ist einfach faszinierend. Und jetzt habe ich mir wieder gedacht, ich hasse Mathematik. Ja, same, same. Kommen wir zur letzten Frage apropos Hass. Schuf Gott das Böse? Die Frage kommt von Nick. Also, schuf Gott das Böse? Was ist denn das Böse? Diese Frage kann man wissenschaftlich angucken. Was ist denn das Böse? Was soll denn etwas Böses sein in dem Kontext? Es gibt nicht etwas, das von natürlicher Sicht aus Böse ist. Der Kosmos wird sich nicht dafür interessieren, wenn du mordest oder so. Und wenn wir dann mal kurz irgendwie gucken in die Welt der Natur, wenn wir mal kurz zum Beispiel auf Krabben gucken, die Millionen von Kindern in irgendwelchen Stränden züchten und dann da, wenn die geboren werden, hingehen und einen Teil ihrer Kinder einfach aufessen. Sind die Krabben böse oder sind sie einfach nur dumme Tiere? Bist du böse oder bist du nur ein dummes Tier? Also, Böse ist ein Konzept, das wir mit unseren Vorstellungen von Moral erschaffen haben, genauso wie eben möglicherweise ein Gott. Es ist wunderschön. Das ist der perfekte Abschluss. Wir wollen ja immer düster enden, gerne auch mal düster starten. Tim will das so, ich will das nicht. Ich wäre tatsächlich positiver eingestellt, aber Wo ist der Spaß? Ja, eben. Wo ist der Spaß da? Und ihr sollt ja schlecht schlafen. Von daher, wir kommen zum Ende. Es ist Zeit, liebe HörerInnen. Zeit für den letzten Segen. Das war die Folge 7. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und die letzte Predigt, die bekommt natürlich wie immer Tim Vollert. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Wieder eine Freude, dass ihr alle zugehört habt, egal ob ihr religiös oder nicht religiös seid. Ich freue mich auch, euch dann vermute ich auf anderen Plattformen nochmal die Tage wiederzusehen. Und ja, denkt immer dran, die Physik ist auf jeden Fall keine Glaubensfrage. So. Tschüss. Zucker Studios Das war's.